Ja, hallo! Mein Name ist Carolin Helfer. Ich komme aus der Schweiz und ich habe Jana Ahnemann vor ca. 10 Monaten kennengelernt an einer Trainer-Trainer-Ausbildung. Und im Späteren hat sie dann diese Instant-Change-Methode gelernt und ist davon so überzeugt gewesen, dass sie allen von uns in der Gruppe das erzählt hat. Und ich bin dann sofort darauf aufmerksam geworden, weil sich solche Sachen, Blockaden, Ängste auflösen und so weiter, mich sehr interessiert, weil ich das selber auch tue. Ich habe auch eine Coaching-Methode, die ich anwende und habe aber in mir gewisse Blockaden und Ängste auch festgestellt. Und ich wollte mal schauen, wie die Instant-Change-Methode denn sich auswirkt bei mir. Und ich muss sagen, ich habe so kurz vor Neujahr, vor dem Ende des Jahres, habe ich dann die Jana kontraktiert. Sie konnte dann relativ schnell einen Termin mit mir abmachen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert gewesen, schon von der ersten Intervention, von der ersten Sitzung her. Ich habe mich wie ein Baum gefühlt. Ich habe sehr, sehr gut meine Anbindung gespürt, meine Potenziale, meine Fähigkeiten und wurde immer sicherer, in welche Richtung es dann am Ende für mich gehen sollte. In der zweiten Sitzung wurde das Ganze noch verstärkt. Ich habe dieses Gefühl von einem Verwurzelzahn wie einem Baum, die Sicherheit immer mehr gehabt. Und jetzt nach der dritten Sitzung, das ist jetzt genau eine Woche her, bin ich sehr viel selbstsicherer. Ich bin sehr viel fokussierter geworden, ruhiger. Ich weiß immer mehr, in welche Richtung das für mich dann gehen wird in Zukunft. Ich fühle mich auch sicher jetzt auch schon. Und was ich jetzt schon mache, ist vor der Kamera zu sprechen. Das war für mich vorher nicht so einfach. Ich habe mich auch sehr oft verzettelt in meinen verschiedenen Projekten, die ich gehabt habe. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich bin sehr fokussiert. Und wenn ich mal an einem Projekt arbeite, dann bin ich ruhig, konzentriert und fühle mich gut, weil ich im Vertrauen bin, dass alles, was sein wird, auch geschehen wird. Weil ich mein Ziel kenne, weil ich auch das richtig verinnerlicht habe, wo ich dann am Ende sein will. Und das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl, sehr beruhigend auch. Und ich muss sagen, das Instant Change kann ich nur weiter empfehlen. Es ist eine andere Methode als die, die ich anwende. Aber wir sind ja nicht Konkurrenten, im Gegenteil. Wir sind eine Synergie und wir dürfen einander helfen und einander unterstützen, uns einander und gegenseitig immer weiterzubringen. Und ich hoffe, dass es immer mehr Menschen gibt da draußen, die sich helfen lassen, die aber auch helfen wollen, so die genannten Lichtarbeiter sind. Und ja, ich freue mich sehr auf das, was kommt, jetzt im Jahr 2020 und noch weiter. Und danke der Jana herzlichst für ihre Anwendungen und für ihre einfühlsame Art. Okay, dann wünsche ich allen alles Gute und ich hoffe, dass noch ganz viele schöne Momente für viele Menschen geschaffen werden können. Tschüss!